Es ist September und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Impuls. Die Stadt mit dem großen Hafen. Genau diesen Satz hört man immer wieder in Verbindung mit Duisburg. Ja, unser Hafen ist der größte Binnenhafen Europas und gilt sozusagen als geheimes Herz des Ruhrgebiets. Denn obwohl jeder schon mal etwas über den Hafen gehört hat, gibt es doch Ecken, die kaum keiner kennt. Und genau auf die schauen wir heute. Mit Oskar auf Hafenrundfahrt durch Ruhrort und Homburg. Stell dir mal vor, dieses Hafenbecken war früher ein Ringhafen. In der Mitte war eine Insel mit einer Werft. Und das ist deshalb so angelegt worden, damit die Lastensegler aus Holz reinfahren konnten, durch den Hafen durch und ohne rückwärts fahren zu müssen, wieder raus. Das ist schon sehr lange her. Wie lange ist das her? Ja, gut und gerne 200 Jahre. Vielleicht 150. Vor unserer Zeit also? Ein wenig ja. Selbst vor meiner Zeit. Selbst vor deiner Zeit. Und bevor es für uns auf eine ganz besondere Hafenrundfahrt geht, freue ich mich zunächst auf unseren heutigen Studiogast. Er ist Geschäftsführer der Niederrheinischen IHK und Experte für Standortmarketing. Michael Rüscher ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Rüscher. Hallo. Ja, warum verbindet die halbe Welt Duisburg eigentlich mit dem Hafen? Ja, weil er erstmal der größte Binnenhafen Europas ist. Aufgrund schon der schieren Größe ist er sozusagen im Gespräch. Und dann ist es ja so, es ist ja schon mal gut, wenn man irgendwas mit einer Stadt verbindet. Also jetzt hier in Duisburg eben der Hafen. Es gibt ja Städte, die auch durchaus eine gewisse Größe haben. So etwas wie Darmstadt oder Saarbrücken oder Kassel. Wenn man die Leute da fragt, was verbindest du damit? Dann fällt denen und mir im Prinzip ja auch nichts ein. Deshalb ist es gut, wenn man so einen Ankerpunkt, so einen imagegebenden Faktor, wie der eben den Hafen hat. Und neben dem Hafen haben wir eben auch noch andere Punkte in Duisburg, die von Relevanz sind. Also die Leute sagen dann immer Industrie, Industriekultur, Ruhegebiet, Ruhe, Ruhe, Pott. Also das ist schon was, was die Leute interessiert und warum sie dann nach Duisburg kommen als Gäste. Unser Hafen ist der größte Binnenhafen Europas. Dementsprechend gibt es dort aus touristischer Sicht auch viel zu erkunden. Welche Touristik-Highlights können Sie denn persönlich empfehlen? Ja, das ist immer so ein bisschen natürlich Geschmacksfrage, was man so will. Also jetzt haben wir einmal den Industriehafen. Das ist natürlich super spannend, den von der Hafenseite, also von der Wasserseite zu sehen. Also sprich so eine Hafenrundfahrt zu machen. Aber da gibt es halt auch so die eine oder andere schöne Ecke. Also gibt es zum Beispiel das Hafenkult. Das sind so Künstler, die ein Atelier am Hafen betreiben, die mal so Ausstellungen machen. Das finde ich sehr schön. Dann das Villenareal, Villa Rheinperle auf der anderen Rheinseite in Rheinhausen, wo viele Veranstaltungen sind. Und für mich persönlich finde ich das immer ganz gut zu so einem Runterkommen, wenn man einfach mit einem schönen Köpi auf der Bank sitzt am Finkeufer. Das klingt auch nicht schlecht. Und dann den Kränen beim Abladen der Container zuschaut. Also macht schon Spaß. Herr Rüscher, vielen Dank fürs Erste. Wir sprechen gleich noch weiter. Und für uns geht es jetzt, wie versprochen, zum Hafen. Kapitän Rolf Köppen hat mich eingeladen auf seine Oscar und hat mir Orte gezeigt, an die sonst so schnell keiner kommt. Die Duisburger Häfen. Wie viele Geschichten hier an die Ufer gespült wurden. Wie viele Geheimnisse sie bagen. Ich wusste, wenn ich sie alle ergründen wollte, würde ich Hilfe benötigen. Guten Morgen. Hallo Jana. Hi Rolf, alles gut bei Dir? Klasse. Ich freue mich schön, dass Du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung auf Deine Oscar. Wir sind jetzt hier im wunderschönen Ruhrort und Du hast einiges vor mit mir heute. Was ist geplant? An Bord im Eisenbahnbassain geht es gleich als erstes raus auf den Strom in zwei, drei kleine Hafenbecken. Ganz spannend und dann natürlich noch ins große Hafenbecken Schifferbörse Oscar Huber und der Highlight wird sein, die blaue Grotte. Wollen wir loslegen? Gerne. Alles klar, gut. Jo. Rolf, wo sind wir hier jetzt? Ja, wir haben den Rhein überquert, sind auf der Homberger Seite und gerade ins Hafenbecken Rhein-Preußenhafen eingefahren. Der ist eigentlich für die Befahrung gesperrt, aber ein kleines Stückchen bis kurz vor die Hutbrücke erlaube ich mir dann doch hier reinzufahren. Da oben drüber ist ein schöner Aussichtspunkt und da hatte die Filmgesellschaft, die die Chemie-Tatorte produziert, mal ein Ausflusslokal aufgebaut. Und da saßen dann Tanner und Chimie und aßen Currywurst und tranken Bier und als die Folge lief, sagten alle, boah, wo ist denn das geile Ausflusslokal? Gab es natürlich gar nicht. Ist nur für den Dreh da oben installiert worden. Jana, wir bleiben weiter auf der Homberger Seite und fahren als nächstes in den Homberger Stadthafen rein mit Schulschiff und Hebeturm und Arbeitsbooten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Und damit wir da heute nochmal ankommen, gebe ich mal ein bisschen Gas. Gib mal Gas, Rolf. Das ist echt herrlich hier, Rolf. Hast du eigentlich so einen Lieblingsplatz hier auf dem Boot? Natürlich auf Deck mit Kaffee und einem Plätzchen. Besser geht es doch gar nicht, oder? War es eigentlich schon immer dein Traum, ein eigenes Boot zu haben? Natürlich. Ich wollte immer gerne auf dem Wasser sein. Früher hatte ich ein Schlauchboot und ein Paddelboot. Jetzt habe ich endlich ein Boot im Ruhrort und da reichen zehn Minuten mit dem Fahrrad und ich bin auf dem Wasser. Das liebe ich sehr. Woher weißt du so viel über die ganzen Orte? Hast du das all die Jahre angeeignet oder woher weißt du das? Ich glaube, ich bin ein kommunikativer Typ. Merkt man auch. Nein, ich habe mir das angelesen und bin immer schon gerne in Ruhrort gewesen und es hat sich so ergeben. Also es fühlt sich an wie Urlaub. Für dich auch? Ja, na, ist es auch. Für euch vielleicht. Für mich ist es in Arbeit. Weiß ich doch. Aber für mich ist es gerade Urlaub. Das ist herrlich. Siehst du, da möchte ich gerne auch ein bisschen vermitteln mit meinen Rundfahrten, dass man das Glück nicht nur in der Ferne suchen muss. Das liegt manchmal auch ganz nah vor der Tür. Man muss sich nur mal umgucken. Und wenn dann Leute kommen und sagen, hier sind wir ja auch noch nie gewesen. Meiner ist das schön. Dann freue ich mich natürlich, wenn ich so weit vermitteln kann. Duisburg-Hafenmeister für die Motorjagd Oskar. Ja, hallo. Ja, Löhchen, du siehst mich gerade einfahren. Ich habe diesmal keine zahlenden Gäste an Bord. Wir wollten zur Blauen Grotte. Ja, alles klar. Danke, dir auch. Siehst du drüben diesen Betonklotz? Und da drin befindet sich noch das alte Treppenhaus, durch das die Hafenarbeiter von der Werfthalle zu den Schiffen gingen. Und dieses alte Treppenhaus ist blau angestrichen und auch mit blauen Neonröhren versehen worden. Und wenn es jetzt dunkel wäre, könnten wir sehen, das leuchtet nachts. Aber wir sind ja beim Fernsehen, ne? Wow! Und du, kannst du dir vorstellen, hier kann man sogar wunderbar ankern. Und wenn die dann nachts leuchtet, du hast das gesehen, dann kann man sich das alles ein bisschen vom Wasser aus angucken. Und gerade bei Hochwasser spiegelt sich das nochmal auf dem Wasser. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Ist das so? Ja. So Rolf, dann bedanke ich mich bei dir. Danke für deine Zeit. Das war bestimmt bei weitem nicht alles, was du mir heute zeigen konntest. Nee, wir haben viel gesehen, aber es gibt auch noch viel mehr. Also ich freue mich drauf, dass du vielleicht nochmal wieder an Bord kommst. Vielleicht nächste Woche. Gerne. Tschüss. Rolf, ich danke dir. Alles Gute. Ciao. Viele Geheimnisse wurden an diesem Tag gelüftet. Neue wurden angedeutet. Diese Reise war wirklich Oscar-reif. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Immer noch bei mir zu Gast ist der Geschäftsführer der niederrheinischen IHK, Michael Rüscher. Herr Rüscher, wir haben jetzt gerade ganz kurz über die touristische Bedeutung des Hafens gesprochen. Welche Bedeutung hat der Hafen denn rein wirtschaftlich für eine Stadt wie Duisburg? Also ich muss sagen, der Hafen ist ein ziemlicher Glücksfall für unsere Region, weil er eben den Strukturwandel enorm befeuert hat. Also nach unserer Schätzung sind es so 45.000 Jobs, hängen direkt oder indirekt am Hafen. Wenn man sich mal anguckt, wir haben in Duisburg knapp 180.000 Beschäftigte. Also jeder vierte Job, wenn man so will, wo natürlich irgendwie in den Regionen da auch noch ein bisschen was unterwegs ist. Also er ist enorm wichtig, impulsgebend für unseren Standort und deshalb sehr unterstützenswert. Wenn wir mal auf die letzten Jahre so blicken, wie beurteilen Sie die Entwicklung des Hafens, industriell sowie touristisch? Also industriell geht die Kurve stark nach oben. Es gibt ja jetzt nicht nur Lockport 1, 2 und 3, sondern das wird ja immer weiter expandiert. Das sind es in Kamp-Lindfort, in Oberhausen, auch in Duisburger Norden wird noch eine weitere Fläche entwickelt. Also wirtschaftlich, wie gesagt, sehr, sehr stark. Touristisch könnte man das eine oder andere noch sicherlich machen. Wir träumen ja davon, dass Duisburg zukünftig auch sozusagen Standort wird für die Flusskreuzfahrtschiffe, dass die hier anlegen und eben nicht nur in Köln und in Düsseldorf und dann die Leute sozusagen hier mal ein bisschen die Region und die Gegend erkunden können. Wenn wir noch einen kurzen Blick in die Glaskugel wagen, welche industriellen und auch touristischen Entwicklungspotenziale sehen Sie denn in den Hafen, in den Duisburger Hafen in Zukunft? Ja, das hängt natürlich von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Also brauchen wir natürlich weiterhin Flächen, damit wir den Unternehmen hier auch die Plätze und Standorte anbieten können. Wir müssen gucken, dass wir unsere Infrastruktur in Schwung bringen. Also auch die Eisenbahnverbindungen müssen die Schleusen irgendwie herrichten, dass es auch weiter sozusagen Aktivitäten hier entfalten kann und sich auch in der Entwicklung weiter nach oben entwickelt. Ja, und zu guter Letzt muss man halt gucken, wie sich so die technischen Entwicklungen weitergehen. Also Stichwort ist ja so 3D-Druck. Es gibt ja so Experten, Zukunftsforscher, die sagen, zukünftig braucht man gar nichts mehr hin und her zu schiffen, sondern hat jeder seinen Drucker irgendwo stehen und druckt sein Porzellan oder was auch immer selbst. Also da muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Herr Rüscher, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Sehr gerne. Und liebe Zuschauer, welche Events Sie sich demnächst auf gar keinen Fall entgehen lassen sollten, das zeigen wir Ihnen jetzt. Hier kommt unser News-Blog. Am 12., 19. und 26. September lädt die Duisburger Spätschicht wieder zum Einkaufen, Verweilen und Genießen in die Duisburger Innenstadt ein. Von 16 bis 21 Uhr bieten zahlreiche Gastronomen und ausgewählte Markthändler ein abwechslungsreiches Sortiment. Neben Obst und Gemüse, Biobackwaren und mediterranen Spezialitäten dürfen sich die Besucher dann auch wieder über kulinarische Highlights wie vegetarische oder vegane Speisen, Streetfood-Angebote oder Spezialitäten vom Grill freuen. Dazu gibt es kühles Bier, leckeren Wein oder alkoholfreie Getränke sowie ein ständig wechselndes Rahmenprogramm mit Lifestyle-Angeboten lokaler Künstler. Von Gebrauchtwaren über Antiquitäten bis hin zu außergewöhnlichen Sammlerstücken. Die Trödelmärkte in Duisburg bieten auch im September wieder allerlei Möglichkeiten zum Stöbern und Entdecken. Los geht's mit dem Ruhrort der Hafentrödel am 14. und 15. September auf der Mühlenweide in Ruhrort. Am Samstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr gibt es dort eine vielfältige Auswahl an Waren aller Art. Am 28. und 29. September lädt dann der Sportpark-Trödelmarkt alle Nostalgiefreunde und Schnäppchenjäger zum Bummeln ein. Auch hier ist am Samstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Zeit zum Stöbern. Weitere Informationen finden Sie auf www.duisburglive.de Das Impuls-Gewinnspiel wird präsentiert von Duisburg Live. Duisburg ist Stahlstandort Nummer 1. Allein im Werk von Thyssenkrupp werden jeden Tag mehr als 30.000 Tonnen Roheisen produziert. Den vollständigen Prozess der Stahlherstellung können Sie jetzt hautnah miterleben. Auf einem Gelände, das fast fünfmal so groß ist wie Monaco. Gewinnen Sie einmal zwei Tickets für eine Werksbesichtigung bei Thyssenkrupp im Duisburger Norden. Einfach Duisburg Live auf Facebook besuchen, die Preisfrage in den Kommentaren beantworten und mit etwas Glück geht der Ausflug in die Welt der Stahlproduktion bei Thyssenkrupp an Sie. Und das war es auch schon wieder von uns hier bei Impuls. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.